Und Leute! Dankeschön! Hast du gemerkt, dass wir alle mitgesungen haben hier in meiner Geburt? Ja, ganz super. Wir hören das sehr, sehr gut, Jungen. Wir denken immer, sie können nicht überall verstecken. Wir hören alles zurück. Wir sehen auch alles. Das ist das Schöne. Wie gesagt, heute Abend ab 20 Uhr live in der Sachsen-Anhand Gartens-Rate-Vivier. Glückwunsch zu sein. Weißt du schon, den Motörmator? Er ist mit dem Kapokar. Ja. Das ist ein Burkhard-Vivier. Und da ist ein richtiger Kammertopf. Ja, auf jeden Fall. Es ist sehr schön, hier in Magdeburg. Ich baue schon oft hier meinen Shop. Früher habe ich noch mehr. Sehr schönes Center. Du gibst noch ein paar Autogrammstimmen die nächsten Wochen. Wir sind noch einmal gar nicht ganz weit weg. Heute in einer Woche, exakt heute in einer Woche. Wir sind mit einem wunderschönen Staatsport. Wenn ihr da noch einmal dabei sein wollt, auf der Homepage sind alle Termine. Und natürlich auch die Tournee. Viele Konzerte. Ich habe einen riesen Konzern im Lüthosdorf gesehen. Da dreht sich die Krese. Da dreht sich die deutsche Strafe aus. Du bist auch mit dabei. Also es gibt wirklich solle Termine. Ich sage vielen, vielen Dank, liebe Anna Karina. Und ich wurde eben noch gefragt, Mensch, können wir auch ein Foto mit anderen Eltern machen? Natürlich. Ich würde nur vorschlagen, wir machen erst Autogrammstunde. Das heißt, jeder, der Autofahrt möchte, kriegt ein Autogramm. Die CD wird signiert. Und im Anschluss waren auch schöne Fotos. Als Erinnerung, um vorausgezogen werden, ein Fotoabonat. Ich sage vielen Dank, bin mir sicher. Und du bekommst noch mal einen riesen Applaus aus dem Wunderschön gemacht geworden. Dankeschön. Vielen Dank, dankeschön. Ich darf dich mitkommen, Platz zu nehmen. Und wie gesagt, die Bilder, die hier durchlaufen sind, hier mit drinnen, in dieser DVD. DVD und CD. Und die CD wird jetzt unterschrieben von allen kleinen Worten. Wir lassen die Musik machen. Auf 19.90. Und dankeschön, wir kommen uns gleich. Tschüss.